In letzter Zeit erhalte ich häufiger die Frage, wie denn Operation Motherland zu starten ist. Das ist super einfach, super simpel und ja, in diesem Video zeige ich dir, wie es geht. Und zwar hast du dazu gleich zwei Möglichkeiten und zwar einmal direkt über die Taktik-Karte. Kannst du hier unten rechts auf Eroberung klicken oder halt die Taste drücken, die dabei steht. Und als zweites hast du die Möglichkeit, über die Einsatzzielübersicht, hier unter Story, ist dieser Eroberung-Button, noch einmal draufklicken oder halt die Taste drücken, die dabei steht und dann natürlich das Pop-Up bestätigen. So einfach geht's und ja, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß in Operation Motherland, die wirklich sehr, 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 sehr geil ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.